Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Galaxy Wars und ich bin wieder Chewbacca und mal schauen wie wir uns denn jetzt letztendlich dann schlagen. Das Spiel startet nämlich jetzt. So, erstmal ineinander spawnen. Okay, dann werden wir das mal tun. Also bis jetzt habe ich nur Erfolg gehabt mit dieser Klasse und das will ich jetzt natürlich auch. Ich habe mir jetzt wieder ein Ziel gesetzt. Zehn Kills, keine Trooper Kills, also natürlich Trooper Kills schon, aber ich will versuchen zehn Leute zu killen und natürlich das Spiel zu gewinnen. Darum geht es ja letztendlich. So, die Granate, die fand ich eigentlich in den letzten Games immer ziemlich mächtig, aber erstmal schießen wir den, tut den Kopf weg. Gut, wir rushen hier mal vor, sonst spiele ich ja immer so ein bisschen defensiver dahinten, aber die Klasse, die hat irgendwie die richtigen Waffen, auch wenn keine Gegner da so sieht. Kommt hier keiner? Ist ja keiner da. Ja, nimm das. Nee, ich warte noch. Okay, ich würde ja so gerne wieder so. Oh, jetzt hier. Shit. Der ist leider zu schnell gewesen. Dann musst du halt dran glauben. Oh, da standen sogar zwei. Okay, also bis jetzt klappt es noch alles. Dich mach ich auch weg. Sehr gut. Ja, Trooper Kills 3. Bis jetzt allerdings leider kein Gegner. Vielleicht haben wir auch einfach keinen Gegner. Obwohl, da sind wieder die, boah, Slots. Jetzt, jetzt. Ah, ich treffe zwei. Shit. Ah, meine Dudes, die Schnitzeln da gut weg. Das ist schon nicht schlecht. Wie es aussieht, spielen alle irgendwie Jedi Knights und ich bin hier irgendwie der einzige Chewbacca. Aber okay. Ich leiste mal einen Beitrag. Ich versuche da irgendwelche wegzuschnitzeln. Und das ist nicht gesund, wenn man da oben steht. So, der hat schon weggemacht. Okay. Weiter geht's. Ah, shit. Ich wollte gerade die Granate werfen. Diese komische Stampfattacke, die habe ich bis jetzt noch gar nicht so genutzt. Aber muss auch nicht. Man muss ja auch nicht alles mehr machen. So, ich habe übrigens noch einen anderen Server entdeckt, wo man letztendlich auch Star Wars im Minecraft spielen kann. Das ist aber noch PvP-lastiger und ich war fünf Minuten drauf und wurde dann gleich getötet. Aber da kann man richtig auch, ich sag jetzt mal, einen TIE Fighter fliegen oder ein Speeder Bike und was weiß ich nicht alles. Ich werde den Server, glaube ich mal einfach unten verlinken. Also wer Star Wars mag und vielleicht auch mal was anderes außer jetzt Galaxy Wars sehen möchte und was anderes spielen möchte, dem kann ich das nur empfehlen. Wer also PvP gut ist, der wird da bestimmt seine Helle Freude haben und wird erfolgreich sein als ich. Ah, verdammt. Hier, einen Kill habe ich zumindest schon. Aber das sind natürlich keine 10. Oh, jetzt kommt, komm, 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 komm. Na. Okay, wenigstens assist. Hab ich jetzt einen gekillt? Nein. Ah, verdammt. Okay, das sieht aber so aus, als wenn wir hier auf jeden Fall gut pushen und rushen. Der Gegner hat ja quasi gar keine Chance. Der hat ja gar keine Chance. So, da müsst ihr da vielleicht mal rauskommen, oder? Wow. Ja, ins Face. Na klar. Oh, schade. Wat? Wie? Warum? Das halte ich aber für ein Gerücht, dass ich hier gestorben bin. Ah, beim Arsch der Welt gespawnt. Okay, rechts war irgendwie einer. Ah, von hinten. Jetzt, komm. Und. Okay, hinten schön absichern. Jedis, ich bin hier. Chewbacca ist da. Wollen wir mal schauen, ob wir uns hier irgendwie ansneaken können. Äh. Äh, schnell weg. Ah, komm. Verdammt. Ich wollte auch gerade die Granate werfen. Okay, weiter geht's. Wenn wir da hinten, äh, es schaffen, oder mal gut, da. Ich mach jetzt mal weg. Die näherst mich schon die ganze Zeit. Und du ist weg. So, komm. Schöner. 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 Ach, schade. Nichtsdestotrotz. Eigentlich eine gute Runde. Aber die Waffen hier sind auch zu schnell entladen. Ah, verdammt. What? Haha. Wieder der gleiche. Na, ich näher mich ja vielleicht auch noch den 10 Kills. Mal sehen, vielleicht schaffe ich das ja. Okay, den erstmal wegnehmen. Sehr gut. Really, really nice. Und jetzt schön die Granate reinwerfen. Und... Haha. Und wieder der Typ. Oh Mann. Der hasst mich bestimmt. Aber so ist das. Du wirst nochmal, hast dich für die falsche Seite entschieden. Oder das Game hat sich dafür entschieden. Ja, komm raus. Komm raus. Ihr spawnt Atom drin. Los. Oh. Gut, dass man sich nicht selber abwerfen kann. Sonst hätte ich mich gerade selber in die Luft geworfen. Was ist das eigentlich? Was ist das? Hä? Ein Phantom. Hä? Okay. Okay, die verkämpfen sich da oben. Und... Und... Ah, schade. So. Was macht eigentlich hier unser Droide? Ah... Sehr gut. Was ist das? Kann ich's töten? Jetzt ist es warum zum Boden? Da soll er wie... Da soll er wie im Back. Okay, Leute. Kommt weiter. Lassen wir die einfach mal da hinten sterben. Während wir das Spiel gewinnen. Boah, da kommen mächtig Coins rein. Okay, jetzt lauft ihr alle vor. Wer holt den Droiden? Ah, hier ist noch der andere Dude. Der spielt auch so ein Soldier. Okay, fahr einfach durch mein Gesicht. So, in der letzten Runde, die ich da gespielt hatte, da waren ja so viele Selbstmordjenis. Die sind da einfach mal runter gesprungen. Mal sehen, ob ich jetzt... Was ist denn das? Megan... What? Ja, wie bug der Spieler kann das sein? Ist hier überhaupt irgendjemand? Da ist einer. What the fuck? Komm her. Komm her. Haha. Ram. Der hat mich vorhin auch gekillt. Oh. Wie viel Flawless bleibt? 6 Kills, 5 Assist, 1 Deaths, 7 Chewbackeles. Für mich eine super Statistik. Total super. Und wenn wir jetzt auch noch das Spiel gewinnen werden, das ist ja... Das ist ja der Wahnsinn. Ist das ja. Also wie gesagt, die klasse Chewbacke spiele ich momentan total gerne. da komm schon einfach mal alles raus spammen was nur geht den kill ich natürlich auch sechs kills ja super okay das dürfts gewesen sein dann würde ich mal sagen mit diesen schönen flawless verabschiede ich mich vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal macht's gut ciao